Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Alan Wake. Wir sind hier in der Silbermine und ja, hier werden einige Ängste bedient werden. Klaustrophobie, Angst vor der Dunkelheit, Geräusche im Hintergrund irgendwo, also Fledermäuse vielleicht, Spinnen, ich meine in so flessenden Minenschächten, ne, ist immer eine Möglichkeit. Also hier gibt es auf jeden Fall die volle Palette an Angst. Ja, vielleicht doch mal ein bisschen Gour zwischendurch, ne, wenn wir mal wieder von einem Axtmörder umgehauen werden. Die ganze Palette, Freunde, die ganze Palette. Aber natürlich ist hier erstmal Paranoia, ne, man verirrt sich hier auch gerne. Gibt es nicht auch so eine Angst sich zu verirren? Gibt es da nicht auch einen Vorausdruck für? Für, äh, so Labyrinth Sachen. Gibt es da bestimmt auch, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall hier eine lustige Aktion. Und wir sind ja leider nicht Tomb Raider, sondern... Was würde ich gerade sagen? Ich bin nicht Tomb Raider, sondern... Alan. Ja. Ja, ich höre dich. Was du willst, habe ich gefragt. Was du willst. Oh, gleich kommt wieder was, glaube ich. Vielleicht kommt wieder was, was nicht lustig ist. Sollte ich hier runter gehen? Oder lieber hoch? Ne, hier runter ist definitiv falsch, glaube ich. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Au. Okay, aber... Das... Alice, wo bist du? Hilfe! Ich bin hier, Alice! Warte! Alice? Alice, hilf mir! Alice? Jetzt muss man so vorbei. Nee! Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Jo, auf den Weg. Okay, wir haben offensichtlich ganz viel Zeug verpasst, weil es dann auch rechts lang geht. Aber egal. Wow, jetzt wird gebadet. Hopp. Hopp. Ach so. Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Lol, Alter. Ich dachte gerade, okay, ich muss einfach zu einer anderen Seite schwimmen oder mal ein bisschen tauchen oder so. Ich bring dir das Wasser. Platsch. Tod. Okay. Es ist offensichtlich Comedy-Horror, was hier gerade passiert. Interessant. Interessant. Okay, dann nichts wie raus hier, würde ich sagen. Nichts wie raus hier. Äh, ja. Es gab auch nochmal, es gab glaube ich einen Horrorfilm, es gab noch gar nicht so lange her, wo sich Leute in so einer Höhle für Ort haben und da dann von so einem unterirdischen Monster getötet worden. Und es war mehr so ein, also nicht so ein Fantasy-Horror, sondern halt eher realer Horror. Aber, äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe die Reviews, äh, also zumindest ein, zwei Reviews davon gesehen. Und, äh, und, alter Schwede. Äh, wenn ich mir sagen kann, wie der Film heißt, schreibt es gerne in die Kommentare, ich werde ihn mir nicht angucken. Aber, äh, ich würde gerne wissen, wie er heißt, weil ich es vergessen habe. Äh, okay, hier liegt ganz ihr Zeug, das bedeutet, hier geht es schon mal nicht lang. Ich habe übrigens so geflüstert, Zeug im Hintergrund, das gefällt mir schon mal gar nicht. Paranoia ist da, check. Ah, okay, dann müssen wir halt doch hier lang. Da habe ich auch ein bisschen, äh, an The Forest, ne, mit diesen unterirdischen Höhlen. Dann gibt es hier keine Mutanten, nur Schattenwesen. Was nicht unbedingt besser ist. Aber gut, oh, hier geht es schon wieder raus. Oder? Ich sehe schon wieder Ende von der Höhle. Dann war es aber auch keine tiefe Mine. Dann konnten die ja echt nicht viel hier ausbeuten. Die Minenarbeiter. Okay. Gut, soviel zu unserem Ausgang. Oh, okay. Aua. Ja, ich weiß doch, dass er... Aua, hallo. Bin ich halt noch eines? Mir egal. Ist doch mir egal. Bleiben sie da, wo sie sind. Kommen sie keinen Schritt näher. Ich warne sie. Ich warne sie. Ich warnte sie. Okay. Batterie. Und weiter geht's. War vielleicht jetzt ein bisschen Verschwendung an, äh, Leuchtmaterial. Aber dafür haben wir es ja, Leute. Dafür haben wir es ja. Better safe than sorry. Sag ich immer, ne? Better safe than sorry. Und wir haben natürlich den Ausgang, äh, war jetzt nichts, ne? Ausgang, ne. Ausgang nein, dachte sich das Spiel. Ausgang nein. Wollen wir mal wohl einen anderen Ausgang finden. Und du zäuchten noch mehr, äh, okay. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Ja, kann ich auf jeden Fall. Wenn ich rankomme, geht das wahrscheinlich. Aber, ach so, ja. Ja, das ist ein kleines Rätsel. Aber auch relativ leicht. Kann das hier halt bewegen. Zack. Ein bisschen runter, so. Dann kann man hier rüberhüpfen. Hüpf! Dann kann man hier rüberhüpfen. Hüpf! Dann kann man hier hochklettern. Also die Rätsel in der Alienwake sind jetzt nicht, äh, die aller, aller schwersten Kopfnütze. Sollten sie, finde ich, aber auch nicht sein. Weil sie ja dann den, äh, Flow vom Spiel irgendwie kaputt machen. Frage ist halt... Okay. Ach so, nee, das geht so. Das ist... Das ist Rick Dick. Die müssen ja hier hin. Wuuuuh! Adam Wake. Besser bekannt als The Batman. Können wir hier hochklettern noch? Wo ist hier eine Leiter? Nein. Äh, aber wir müssen... Das bewegen. Äh, so. So? So. Alles klar. So ist das Rick Dick, Leute. So ist das Rick Dick. Ähm, ah, hier ist die... Ah, hier ist die Leiter. Das ist ja gut. Wir müssen also von der Seite aus rüber. Okay, dann machen wir das doch. Hüpf! Und hopp! Ja. Das möchte ich... So nicht nochmal. Oh. Ah, okay. Ich verstehe. Zack! Ah, die gute alte Dark Souls Mechanic, Leute. Die gute alte Dark Souls Mechanic. Die guten Leitern einfach runter treten. Die kleine Dark Souls Hommage. Hommage, Hommage. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, nicht das alles schwerste Rätsel. Ist okay. Ist okay. Hm, ja. Zack! Rüber. Rona. Ready. Easy, Leute. Easy. Es knarcht schon wieder alles, was natürlich auch immer ein sehr gutes Zeichen ist. Und wir sind draußen, Leute. I see the light. Bang! Oh, Alter, du hast einen krassen Kick. Warum besiegst du die Gegner nicht einfach mit einem Tritt anstatt mit deiner Waffe? Müssen wir jetzt... Wahrscheinlich müssen wir hoch, ne? Ist klar. Obviamente. Deswegen gehen wir nach unten. Hei... Oh, nicht. Oder müssen wir nach unten? Mist! Ey, Vögel! Zack! Ihr könnt mir gar nichts! Ich hab mir ein Leucht... Dings. Okay, ich geh... Ich geh lieber nach unten. Lass mich in Ruhe! Blöde Vögel! Wow! Alan kann nicht ausweichen. Alan ist ein bisschen stupid. Aua, aua, aua. Okay, Leuchtfackeln. Ich hab' gerne lieber Munition für meine Leuchtpistole. Die wär' effektiver gegen die Krähen. Aber... Lass mich in Ruhe! Schretter gerade! Hallo! Ist ja unfreundlich. Fokussieren? Nein, ich will mich hier fokussieren. Okay, da muss ich also hin. Okay. Die sind auch hartnervig. Nein, ihr seid hartnervig. Macht keinen Schaden. Könnt ihr... Danke. Könnt ihr sich bitte... Tja... Pissen. Dankeschön. So. Die Frage ist natürlich jetzt... Wohin? Nach unten. Obviamente. Weil oben gab's ja nichts. Ich sagte, oben wartete ein Führer... Entführer auf uns. Und aber... No. Offensichtlich nicht. Und hier ist ein kleiner... Generator... Wado... 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 Klein Kontrollpunkt. Oh, hier ist wieder mega viel Munition und alles. Wow, das... Ja. Das ist auch das, was ich mir gerade dachte, Alan. Echt toll. Fantastisch. Let's go. Also, wenn ich hier nicht schwammweise Vögel bekämpfen muss, dann weiß ich nicht, was los ist. Was? Soll schon schief gehen? Alles. Ja. Aua, 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 aua. Ey. Ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig hier. Fügel. Fügel. Alter. Die Wackelage ist auf jeden Fall da. Auf Schiffen heißt es Tackelage. Ja, auf der Seilbahn heißt es Wackelage. Excuse me. Kannst du bitte nicht fallen? Alter. Das hättest du nicht unverletzt überstanden. So viel kann man schon mal sagen. Nein, ich hab... Boah, ich hab mein Lösch, bist du nur noch in der Hand, ne? Das war ein bisschen stupid gerade. Das war ein bisschen stupid. Egal. Missed. Jesus. Ich bin's ja gewohnt, dass du Sachen nach mir schmeißt, aber einen ganzen fucking Waggon? Holy crap. Ich fü- ich fü- das ein bisschen extrem, ehrlich gesagt. Aber okay. Aber okay. So, hier gibt's nichts. Dann weiter nach oben, Leute. Dann weiter nach oben, offensichtlich. Du, Kleid, wird ja immer extremer. Kann mich mit Gegnern nicht besiegen, da schmeißt er einfach ganze Zugwaggons nach mir. Sehr unfreundlich. Sehr unfreundlich. Okay, Jagdgewehr-Munition werden wir wahrscheinlich brauchen. Will mir der Spieler damit sagen. Dann bring it on. Bring it on. Alles klar. Und da werden sie auch schon gebracht, die kleinen Gegner. Wirklich kleinen, weil das sind halt nur die kleinen, flinken Dudes. Ich dachte, die großen Boliden kommen, aber nein. Da kommen nur die kleinen. Die kleinen Johnny-McJumpers. Aber kein Problem. Die kriegen wir weg. Easy, Leute. Easy. Kontrollpunkt. Geil. Okay. Alles andere haben wir. Codron Lake, den kennen wir doch. Codron Lake. Codron Lake ist der aktivste See der Welt und ein Kaldersee. Was ist ein Kaldersee? Das muss ich gleich mal nach der Folge googeln. Der sich in einen Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit den vulkanischen Erdbeen 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine. Codron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebiets. Wahr vielleicht, weil die Hütte am See ist ja nicht mehr offensichtlich. Ein kalterer See. Das muss man merken. Ein kalter See. Kalter See. Was ist ein kalter See? Ja. Obviamente. Hier die Brücke jetzt zu Bruch. Es ist doch klar, was jetzt gleich passiert, Leute. Ich kann übrigens auch nicht mehr rennen. Ich press den Button und nichts passiert. Äh, excuse me. Nun. Ich müsste da mal ganz kurz lang. Macht es irgendwas aus, mir mal hier aus dem Weg zu gehen? Hallo. Hallo. Alter. Don't push me. Don't push me. Bitch. Freaking Bitch. Okay. Dann machen wir das jetzt anders, Leute. Dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir das jetzt ganz entspannt hier einfach mal mit Leuchtenfackelinos. Beziehungsweise ich werde die Gegend einfach so lange anleuchten, bis sie mir aus dem Weg gehen. Und zwar freiwillig. Darum steht übrigens eine Thermosklasche. Mit lecker, lecker, lecker Kaffee. Lecker, lecker Kaffee. Achso. Ja. Okay. Ich kann es nicht überspringen, offensichtlich. Dann nicht. Aua. Aua. Stop that. Zack. So. Und du, Digga, du willst auch eine Portion abhaben? Du kriegst gleich eine Portion. Du kriegst eine richtig schöne Portion. Weißt du, so ein großer muss ja auch ein bisschen... Kriegt ja auch eine große Portion ab. Zieh. Oh, oh. Aua. Zack. So. Und du auch? Du gehst mir auf die Nerven. Dann, äh. This is how it is, Leute. This is how it is. I sing Wabab. So. Okay. The file zeigt mir den Weg. Ah, komm mal hier. Der ist versteckt. Hier ist was versteckt. Guck mal. Einer schau. Oh, Alöchen. Oh, ja. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Wollen wir euch eigentlich die ganze Zeit atmen. Das ist... Das beundrückt mich gerade am meisten. Okay. Dann, da fähre ich hier glaube ich ein bisschen schneller unterwegs. Weil fliege, ihr Fohls. Danke. Wenigstens. Ach komm. Alter, der Alan, der hat Kicks drauf, Leute. Da sollte man sich vor und acht nehmen. Da sollten auch die Schattenkreation sich vor und acht nehmen. Das sieht interessant aus. Wäre halt lustig, wenn bei der Mining City auch noch so eine Klapsmühle, das heißt Klapsmühle in irgendeiner Anstalt gewesen wäre. Okay, geht's nicht rein. Ah, ja, natürlich kann ich nicht durch den Vordereingang, sondern durch die fucking Hintertür. Ist ja klar. CW. Thomas Zane und... Wer ist CW? Oh mein Gott. Okay. Schauen wir uns erstmal hier an. CW, Thomas Zane, Tom, Tom. I miss you, Tom. Tom, 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 Tom. I miss you, Tom. I miss you, Tom. Tom, 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 Tom. I miss you. I curse you, Thomas Zane. Tom, 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 Tom. Did you... Was? Did you write this? I miss you, Tom. Tom, Tom. You talk to me on TV. Ich verstehe gar nichts mehr. Wer ist das denn? Wer ist TV? Wer hat die Initialien CW? CW, Thomas Zane und CW. Die andere Tante hieß ja irgendwas mit Rebecca, oder? War das nicht Rebecca irgendwas? Also das kann schon mal nicht CW sein. Mal hab ich hier nicht was leuchtend sein. Der wollte gerade sagen. Wollte ich doch sagen. Wer ist... Wer ist CW? Wer... Ist CW, Leute? Habt ihr in die Kommentare? Fällt's gerade nicht ein. Okay, das ist keine Klapschmüter. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein... Ein schönes, gemütliches Reihenhaus. Danke. Danke für gar nichts. Danke für noch weniger als gar nichts, würde ich sagen. Ich hab ja den noch. Ähm... Ich würd gern... Genau das. Dann würde ich... Ausweichen. Hallo? Schieß doch! Wow. Geflasht... Und gebankt. Nice. Okay. Äh... Hallo? Entschuldigen Sie mal. Haben Sie gerade gesehen, was ich mit Ihren Freunden gemacht habe? Nun, dann sollten Sie sich vielleicht zurückziehen. Das wäre gesünder. An der Stelle. Egal. Die über die Gesundheit machen, die Schattenwesen, sich wohl keine Gedanken. Jump, Alan! Okay, sehr gut. Das ist immer noch nicht, wer CW ist. CW, CW, CW... Aber die andere hieß auch... Die war doch... Das war doch Rebecca. War das nicht Rebecca? Oder so? Irgendwie sowas in der Art. Glaube ich. Aber wer ist CW? Wer ist CW? Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Das muss ein Boot sein. Äh, dann lauf! Okay, wir sind das, äh, dem Ende des Kapitels sehr da. Deswegen wird die Folge vielleicht ein bisschen in der Langwege auch. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Das Schlimmste? Was ist denn das Schlimmste? Ja, wer denn sonst? Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt! Ich hab's nicht gewusst! Ich schwöre es! Ich hab's nicht gewusst! Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Die ist vermutlich ertrunken! Wir haben... Wir haben ihn nicht gewusst! Oh, oh, oh! Okay, Leute, Ende von Episode 3. Ja, ihr wisst, ich muss beenden, weil das Lied copyrighten und so, ne, ist klar. Was ist eigentlich passiert gerade? Das frage ich euch. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Episode 4. Bis dahin. Ciao. Und wer ist CW?